Die Welt ist im Wandel. Sie verändert sich. Wir verändern uns. Wir sehen jeden Tag als Chance, an neuen Herausforderungen zu wachsen. Um jeden Tag noch ein Stück besser zu werden. Für euch. Manches wird erst wichtig, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist. Krankheit und Schicksale, interessieren sich nicht für äußere Umstände. Wir, die Asklepios Kinderklinik in St. Augustin, geben jeden Tag unser Bestes, um das Wertvollste im Leben zu schützen. Unsere Kinder. Unsere Zukunft. Mit modernster Technik, unserem MRT, dem CT und unserem GPS-gesteuerten OP-Mikroskop sorgen wir für medizinische Versorgung auf höchstem Niveau. 365 Tage im Jahr für über 80.000 Kinder und ihre Familien. Ausgestattet mit der größten Fachexpertise betreut unser Ärzte- und Pflegepersonal die Kinder und Jugendlichen mit höchster Kompetenz und viel Empathie. Durchatmen und neue Energie tanken. Dank vielfältiger Rückzugsmöglichkeiten aus dem Klinikalltag schaffen wir genug Raum für ein Stück Erholung. Jeden Tag, den wir meistern und jeden Schmerz, den wir gemeinsam lindern, ist ein Sieg und ein Schritt nach vorne. Wir lassen euch nicht allein. Selbst wenn es schwerfällt und sich das Gefühl der Angst um die Liebsten verbreitet. Seid ihr in unseren hochspezialisierten Fachabteilungen gut aufgehoben. Wir packen an. Wir passen auf euch auf. Und wir behalten den Überblick, wenn ihr es gerade nicht könnt. Ihr seid bei uns in besten Händen. Wir sind hier für euch. Mit euch. Asklepios Kinderklinik St. Augustin. Die eine Klinik für alle Kinder.